Hallo und herzlich willkommen hier zurück im Winter bei TDD mit dem Nico! Winter's coming! Dem Goom! Hallo! Dem Traitor! Weißt du, Goom fiss ich nicht! Hallo! Hallo! Servus! Hallo! Dem zweiten Traitor! Oh, ein Raum ohne Tick! Oh, und Spicht! Ja! Wie ist jetzt der neue Wandweiser, Andy? Ja, das ist nur der Einmal! Okay, Nico! Nee, irgendwas mit A hat er gesagt! Nico nimmst du noch? Gibt's jemanden dem A? Wer ist denn mit A? Wann war oder? Wann war oder? Wann war oder? Ich steh hier alleine gerade rum und hab nen Instant Button rausgesucht! Wann ist der Wann war? So gut! Hab Wann war! Das gibt's gar nicht! Wann war die meisten A's in seinem Namen? Ah! Weißt du, ich hab zwei A's! Hier ist er! Oder? Geh durch! Unsichtbare Wand, siehst du das? Was? Lauf hier mal gegen, hier ist irgendwo eine unsichtbare Wand! Boah, ich find aber die Sichtweite hier auf dieser Karte mega! Hier ist eine unsichtbare Wand! Also ich weiß ja gar nicht, was hier mit so vielen Eros... Okay, da schießt gerade jemand! Hier ist eine Wand! Ja! Hier kannst du dagegen laufen und hier ist unsichtbar! Da kannst du dagegen laufen und hier ist unsichtbar! Was bleibst denn du da? Ich schieß ja drauf! Hilfe! Ey, Johanny! Ey, Johanny! Okay, Johanny! Ja, Johanny! Ja, Johanny! Ne! Wer fuck das! Obwohl der auch immer sehr unvertrauenswürdig ist, aber das... Ja, voll, ne? Ja, ich bleibe nicht raus! Huuuum! 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 Ich weiß nicht, tatsächlich! Wir sind hier schon in euch da oben! Was hast du geschafft, Johanny? Ich hab zwei geschafft und ein paar verletzt! Die Map, scheiße! Die hat wirklich so viele Errors! Hä? Die hat gar nicht so viele Errors! Die hat doch keine Texture in meinen Lachen! Äh, der eine Raum hat mir ganz, ganz viele... Vielleicht haben die die Team Vorschuss haben keine Errors! Ja, hier ist gar keine... Ja, das kann sein! Ja, das kann sein! Hier sind zwar 1, 2 Errorsachen, aber jetzt nicht so übertrieben! Kann sein, das ist gut die Vorschuss, weil ich hab die Vorschuss und ich hab... Ja gut, das kann sein! Hey, ich bin die keine Waffe! Ich bin die keine Waffe! Ich bin die keine Waffe! Ja doch, Waffen gibt's! Ja, ich würde auch mal gerne eine Waffe haben! Nico, lass dich hier raus! Fight Club! Boah, ist das nicht so ein Film? Nein! Warte mal! Kennst du erst mal Fight Club nicht? Nein! Boah, Alter! Oh mein Gott! Nico will mich killen! Ja, Fight Club! Ja, was ist Fight Club? Mach weiter! Fight Club ist vorbei! Ähm... Ja, Fight Club ist vorbei! Hä? Also, was denn los mit euch? Was ist Fight Club? Was ist Fight Club? Wenn ich mich bei wem wäre! Ja, komm, wir machen jetzt einen Fight Club auf! Los, los! Sag mal was Fight Club ist! Sag mal was Fight Club ist! Ey, ich hab nicht meine... Mann, ich findest du wirklich keine Waffe! Ihr könnt mir das... Ich kann jetzt akustisch erzählen! Komm! Wir müssen jetzt einen Fight Club zusammenkriegen! Ey, ich bin draußen! Was ist die Tektik? Noll! Noll! Ich hab... 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 Schade bekommen! Äh... Ach, Goom ist das! Lass mal ein bisschen nicht nach! Ne, ich... Ich... Ich suche Niko gerade! Ja, guck mal! Wer ist... Sauber? Niko! Ja, Niko! Niko ist das! Nein! Schieß doch Niko ab! Okay, ich identifiziere Niko! Niko ist da! Alter! Das war Martyrium, oder? Das ist ja jetzt passiert! Ich hab aber auch ne Taupe gehört! Es war ne... War es ne Märtyrer? Niko ist da und... Schon wann war auch... Rivas? Wann hast du gehört? Und... Goom auch! Ja, ich wurde von der Holy getroffen! So... Ja, ich bin grad wegen... Da ist auch... Alter, das ist so scheiße, ey! Da wird man voll von der Holy getroffen! Ooooooh... Nih... Hier siehst du wirklich gar nix! Mert ist scheiße! Mert ist echt total von der Arsch! Du hast sie rausgesucht! Ich hab sie nicht... Nein! Wann war sie rausgesucht? Ach so, mal klar! Wann war sie rausgesucht?! Wann war sie rausgesucht?! Wann war sie? Entschuldigung! Johanny? Echse? Ich bin proven! Ich wurde von der Holy getroffen! Ich habe 2, 3 Schaden bekommen! Bist du nicht proven! Also sorry! Ich stand direkt neben den Goom, als ich von der Holy abgeworfen wurde! Ich schau mal Echse hinterher, was er so macht! Okay! Ich hab nur die AK-740S hier geholt. Ich hab die AK aufgehoben, nur zur Information. Wir haben auch eine AK aufgehoben. Also, aber eine AK-740S, das war keine normale AK. Ey, Joanni! Ja? Ach, vor der Gicht, du hast eine verpackte Textur. Ja, passiert. Minimal verpackt, aber sonst geht's. Du brauch Muni mal. Du brauch Muni für meine Scheiße hier. Ja, hoch. Boah, Mensch. Krig ist es. Muni! Hier siehst du wirklich rein gar nix. Einfach schlimm. Und die Traders haben sie dann einfach, ne? Ja, das war letzte Runde relativ einfach für mich. Ja, einer von euch vier muss es ja sein. Ey, die wollte ich holen. Aber ich schieß mal, zervit, schieß mal was? Okay, geht nicht. Wenn es ihnen können ist, kann man nicht zerschießen. So, jetzt hab ich eine AK-740S, nur zur Information. Ja, die hab ich auch, die kannst ja auch eben nochmal aufboden. Das kann man nicht zerschießen, hab ich auch gerade ausprobiert. Ey, dieses, diese, diesen... Ich hab eine AK aufgehoben, die lag auf dem Boden rum. Eine AK-740S oder was? Ne, die normale AK-740. Also, ich hab jetzt auch eine AK-740S aufgehoben, nur zur Information, also... Eine normale AK, mein ich. Mit sechs Schuss. Ja, die hatte ich. Oder ist die vom Trailer gewesen? Niko. Ja, die hatte ich. Also, die hatte ich aufgehoben, hab sie wieder abgelegt. Die lag da oben. Ja, genau. Hier ist voller Gicht. Auf dem Benzinkarnister kannst du wirklich nicht schießen. Ja, probier's nur, wenn ich daneben stehe. Ja, ihr habt's ja eben gesagt. Ich würd's nochmal austesten, wenn ihr schon sagt, es geht nicht. Ja, pass auf, wenn's jetzt bei dir explodiert wär. Hätt's Minusbomben gekriegt. Aber die F in Fall ist fast leer. Ey, der hat Pluspunkte bekommen. Ja, ich bin hier der Eingeste, der halt... Ich wurde von der Holi getroffen eben, wie gesagt. Ja. Wer auch. Ja, Grievous. Ja, Grievous auch, das heißt, einer von... einer Gicht-Drummer oder Jani. Ja, ich bin's nicht. Ich war gerade im Übelgrund zu dem Zeitpunkt, dass... Jani? Ja, ich hätt' ich schon gedacht... Niko hat's ja geworfen, ja, ich stand bei Goom in dem Moment. Ja, Niko hat's ja geworfen. Ja, Niko hat's ja geworfen. So, ich bin's nicht. Grievous ist Proven extra auch. Dann bleibt der noch Humor übrig. Und Jani? Was ist mit dich? Ich wär theoretisch... Ach ja, Jani, ja. Irgendwie möglich, ja. Wir zwei bringen das mal um. Also, Jani und ich... Wer? Wen soll ich umbringen? Drummer. Wo ist der? Hinter dir. Ey! Ja gut, da muss... Okay. Da muss der Drummer sein, oder? Ich bin's nicht. Oder ist es Kicht? Warte mal, warte mal, warte mal. Nee, ich bin's nicht. Kicht ist es auch. Ey! Hä? Ey! Ach scheiße, Mann! Ihr seid gerade gebollt! Nein, ich bin's nicht mal. Es war doch so klar, dass es Exe ist. Exe, ich hatte die ganze Zeit recht. Seiner means a traitor. Also, ich weiß ja nicht, was ihr gegen die Map habt, ne? Das sag ich eigentlich noch, dass er nicht gebollt ist, ne? Ich denk mir nur so, boah, wenn Niko... Jada wär's voll scheiße. Am besten wär's, wenn wir jetzt beide wären. Und dann wären wir uns auch noch beide. Äh, Leute, ich muss mal ganz kurz muten. Ich muss mal ganz kurz muten. Ich hab grad wieder... Ja, Niko hat mich halt wieder Oli getroffen. Oh, so, ich hab den Hacker. Den Mutern hier an. Okay. Mein Mitleid mit dem, der jetzt gleich mit, äh... Äh... Das war ne Zaube? Der jetzt... Ja, ich hab ne Taube geworfen. Und es hat jemand was vom Märtyrer gesagt. Da hab ich gesagt, komm, wir haben Märtyrer. Achso, ja, gut. Mir war's egal, ich bin einfach gestorben. Da hab ich mir statt, äh... Da hab ich mir ein Radar geholt mit den letzten Punkten. Da hätt ich vielleicht ein D für unseren Niko wiederbleiben sollen heimlich. Oder mich heilen sollen direkt. Ja. Echse sind scheiß Team-Kamerad wahrscheinlich. Weil ich finde aber ganz ehrlich, diese Atmosphäre mit dem Nebel und dem, äh... Jetzt kriegst du da sein Boxbälle, ne? Jetzt kriegst du da seins. Ne, wie gesagt, ganz ehrlich, die Atmosphäre mit dem Schneestopfen und mit diesen, äh... Oh! Hä, Grievous, hast du ne Waffe in der Hand gehabt? Hä? Warte, dieser... Ich find diesen Nebel eigentlich mega. Ja, boom. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Noll. Wer hat denn nicht... Warte, 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 warte. Du hast mit der USB geschossen. Warte, warte! Oh shit! Oh shit! Was für ne Scheißrunde! Ich dachte, ihr kennt das nicht aus der Entfernung. Warte, warte, warte! Nachladen! Das ist unfair! Ja, warte... Leute, die Runde ist vorbei! Ja! Scheiß drauf! Das ist nach der Runde! Wap, wap, wap! Nach der Runde! Okay, Goom, aber warum hast du so ver... Warum hast du so Totalausfall gehabt? Ja! Ja! Goom schieß einfach mitten in der Menge rum! Ja! Ich sag doch, ich bin kurz weg! Ja, Goom hat dich direkt gerotzt! Das ist ja richtig! Ich wollte gerade einen Schlag mit der Faust geben und da hat Goom dich in dem Moment weggerotzt! Ja! Sorry! Jetzt kommt man! Cool! Aber die Map ist wirklich kackig! Hä, was habt ihr denn gegen die Map? Meine Fäuste haben meine Taschenlampe, obwohl sie keine halten! Also ich sag mal, wenn man, äh... Okay, vielleicht wenn man... Wenn man kein Team Fortress hat, dann... Ist glaub ich wirklich blöd, aber... Also scheinbar zumindest! Aber das mit dem Nebel und den Schneegeräuschen... Ich find das mit dem Nebel irgendwie ziemlich blöd! Okay! Ich will ne Waffe haben! Ja, aber das ist ja... Ja, aber das ist Reverse! Ist ja ein Nachtwärter für alle! Ey! Wird du Stress? Wo ist die Box von Goom? Komm her! Goom hat mich auch geboxt! Bastard! Goom legt sich mit jedem an! Oha! 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 Alle rasten aus! Alle rasten aus! Der schießt! Niko! 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 Warte! Warte! Warn war geschossen! Niko hat jetzt Warn war geschossen! LOL! LoL! Ich denk nur wir Gicht! Ne, ich denke côom es ist wenn der schon so einen Box Kampf inszenirt! Das mach ich doch garnit! Aber da coom und wann war der Box Kampf dabei dann cùng seinen Reus im Gicht sein! Warn war nicht im Box Kampf! Doch, ich hab Nico auch mitgeboxt! Ich hab Nico auch mitgeboxt! Nein, Warn war es nicht? Ja, ich bin der Einzige, der bin von den ich auch nicht habz' Niko! Goom! Ich war auch im Haus drin und hab Waffe Nagest endorse! Ja, warst du schon im Boxkampf? Ja gut, Alter, ich hab die Vermutung... Ah, Mann! Zerf ist gar nichts mehr. Whitescreen, das ist wundervoll. Ach, scheiße! Ich hab nix mehr gesehen wegen dem scheiß Ranch. Nebel plus Nebel ist... Nebel, Nebel. Ich denk mir nur so, okay, die sind alle auf Box, und dann könnt ihr nur ihr sein. Ich wollte nicht wissen, was wir zu random haben. Ja, das ist das Verfahren, weil die anderen haben sich alle geboxt. Ja, das ist das Verfahren, weil die anderen haben sich alle geboxt. Das sind Admin-Kräfte. Aber die haben sich alle geboxt. Ja, ich war auch gar nicht da. Ne, manchmal inszenieren die sowas. Wie gesagt, Jürgen, das muss sein, dann ist gut. Pfff. Mensch, hier liegen keine Waffen rum. Doch, hier liegen genügend Waffen rum. Je höher, desto mehr. Ja. Ich meine, ich kann ja auch mal bei sowas mitmachen. Oh, ist ja jetzt nicht so, dass das zwar witzig ist. So, eine Million Leute hören das jetzt. Ja, ich mach keine Millionen von ihm. Ja, 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 ja. Ich mag das immer. Das ist aber ein neues Detective. Das geht nicht. Das ist korrekt. Ich hab nur in der ersten Runde eigentlich. Och Mensch, ich hab immer noch keine Waffe gefunden. Ihr weißt doch nie oben, wo geht's hier oben. Also hier oben. Leute, verschwindet alle von mir. Verschwindet alle von mir. Johanniii. Ne, Jammer ist das, oder? Jammer. Hey Jammer. Geh ich boxen? Ne, ich will nicht boxen. Geh ich boxen? Ja. 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 Der schießt dann hier auf mich. Einer. LOL. Was in der Runde. Aber es waren doch Johannii und Drummer, ne? Das sagst du einfach schon Drummer, weißt du? Ja, ich hab Drummer gerufen, weil ich dachte zuerst Johannii ist es. Aber dann hab ich gesehen, wie du direkt auf mich geschossen hast. Aber ihr wartest beide, oder? Ihr wartest beide, ne? Ja. Okay, ja. Ne, ich hab auf dich geschossen, weil du geschossen hast. Wart wann warst du da stehen gesehen und gedacht, das wär die Möglichkeit? Ich hab überhaupt nicht geschossen. Ich kam da ja nicht mehr raus, ne? Ich wollte eigentlich schon blind das Feuer eröffnen als Dete. Darf ich das dir sogar? Ja. Ich hab einfach die Möglichkeit gesehen und gedacht. Naja. Hab ich jetzt eben auf den falschen geschossen und dann hast du doch auf mich geschossen. Ach, ich geb euch übrigens einen Tipp auf diesen Aussichtsturm, ne? Kann man die Heizung hochjagen, falls ihr das nicht wusstet. Echt geil. Ja, Traitorfaller. Ist das einfach mal auf dein Herz? Ja, find ich auch. Find ich auch. Find ich auch. Äh? Find ich auch, Nico. Wir sollten alle auf unser Herz. Ja, wahrscheinlich. Alter. Ja, ist echt wahrscheinlich in der Lampe. Ich muss mich unbedingt ganz muten. Ja, mach das mal. Sonst weißt du die ganze Welt von deinen, ähm, Sodomie-Liebschaften. Ich mach mal extra den Stecker raus vom Mikrofon. Den Stecker? Ja. Da ist USB. Ist dein Gang? Und so, ne? Weißt du? Wenn man da weggehen muss. Ey, ich bin ich nicht. Ey, ich steh mal ganz kurz. Ich geh mit. Warte, wie langsam man hier ist. Pass auf, dass Joanni nicht... Vor allem, wenn du ein bisschen steh... Wenn du sofort stehen bleibst, äh, rutscht noch ein bisschen weiter. Ja, das ist auch. Pass auf, dass von hinten keiner kommt. Das ist richtig. Das ist geil. So. Also wie gesagt, eigentlich finde ich die Map... Eigentlich finde ich die Map gut, aber, äh... Ist halt schwer, wegen Nebel. Ja. Also... Wer zerstört denn da gerade das Haus eigentlich? Äh... Das wär richtig geil. Hammer. Das war echt voll nice. Boah, und an... Man... An dieser einen Stelle hinter diesen Baracken ist der Nebel brutal. Ich hab mich trauen, weil ich hätte... Okay, die Heizung wurde hochgejagt. Die Heizung wurde hochgejagt. Die Heizung wurde hochgejagt. Er ist echt übermiert, explodiert, Alter. Ja. Identifizierst du den nicht? Ja. Okay, gut. Also Joanni und Exe waren es nicht. Ja, okay. Aber es war ja auch zu erwarten, eigentlich. Grievous konnte es noch sein. Grievous konnte es noch sein. Okay, Nico ist Detective und... Ja, durch die Wand kann man sowas auch nicht gehen. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich weiß nicht, dass Grievous es war. Das heißt... Ich beschütze den Delta. Was? Ich beschütze den Delta. Es ist wahrscheinlich... War Gicht daneben oder... Gicht war... Er stand direkt da unten drunter unter dem Turm. Ja, ja, der stand... Du standest eigentlich quasi neben mir. Also ihr... Das Ding ist aber nur oben explodiert, wenn er da unten drunter stand. Ja, ja, das ist nur oben explodiert, ja, genau. Neben dem Turm stand ich direkt, ja. Weil ich mich frage... Du siehst ja kaum sogar, dass da jemand steht, es sei denn du hast ein Radar. Ich weiß nicht, wie weit man das aktivieren kann. Ja, ne? Ist es. Das heißt, es ist zwar immer noch möglich, dass einer von uns Trait heißt, aber... Ich würd aus... Ich würd... Oh! Oh mein Gott, okay, okay, was war das, was war das? Das war ne Zaube, oder? Ja. Okay, warte ich identifiziere die Leute. Äh, falls ich sie finde. Wer lebt denn noch? Irgendwann war. Äh, da ist ne identifizierte Person. Niko. Ach so, Entschuldigung. Äh, ist dein Neu Johanni durchgestorben? Feinbar. Oh! Alles gut. Äh, was machen wir? Oh, da ist noch einer gestorben. Mann, 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 nur Probleme heute hier. Ist ja schade. Ja. Warte mal jetzt. Wie soll das? Ja. 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 Geil, das war, ey. Neu Clou, neu Clou. Äh. Ja, das stimmt. Ja, die Neue hatten wir noch nicht. Tatsache. So. Ciao. 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 Ciao.